hallo und ein herzliches willkommen zu meinen freunden hier zu Tom Clancy's The Division mit 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 Applaus Bronco und Malle Hallo Servus Hallihallo so wir haben noch weitere Emission zu tun nämlich wir müssen Nachschub beschaffen und aber was für Nachschub Kichten voll wahrscheinlich Kichten voll Kichten eine Kiste ist ein Kichten so vermisste Vorratskiste geortet geortet los mit dir er ist immer noch nicht dort hier stirb er hat gesagt du soll sterben Warnung Feindkräfte nähern sich oh nein wo denn kümmert ihr euch um die Feindkräfte ich schnapp mir schon mal die erste Kiste und tragt die weg mir sagst du aus welcher Richtung sie kommen gerne da hinter uns hinter uns hinter Easy und mir ja ja das macht Bronco alleine kann ja mal zeigen was für Agente ist Treiber zählst alle weg ja hier geht's hier helfen ja ich mach das viel viel primitiver eine Granate vier Treffer schaffst du Schau so erste Kiste rein zweite Kiste kommt Bongo schaffst ja bisher schon jetzt nicht mehr wir sind da wir sind da da Vorräte zur Abholung markiert JTF informiert oh wie easy das ist halt wie easy so so was haben wir jetzt noch da auch ganz dringend eine bessere Waffe ja hat die auch nichts dagegen ich bin mit ich bin irgendwie eine andere Waffe gewöhnt entweder oben vielleicht rechts des Safehouse ganz rechts dann sieht man das immer nein nein da gehen wir nicht hin wir gehen jetzt links zum blauen zum dann oben drüber zum Nebeneinsatz zum grünen und zum Safehouse zurück also also Kampfnebeneinsatz grün Gleisen befreien und dann Safehouse wieder Berichte abgeben wäre eine gute Idee und dann können wir aber in der neuen haben wir einen Rundkurs weil weiter nach rechts geht's ja schon gut das sind schon wieder da vorne geht's schon wieder ab hier die Klinas die kämpfen aber volle Leute gegen wen gegen JTF oder gegen die Rikers gegen die Rikers kämpfen die 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 Klinen die Rikers wir Klinen da die Klinen da die Klinen da die Klinen da die Klinen da da klettert da klettert das Müllauto rum der ist wieder runtergefallen ja der ist ausgerutscht hat er sich nicht angeschnallt der ist voll abgerutscht das war klitschig da oben und hat sich's mal eingebrochen tschüss Kollege tschüss Kollege so klitschig ist es hier oben gar nicht der war halt einfach zu blöd zum Laufen ja vielleicht klitscht er vielleicht ist er ein klitscher ha 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 so meinsch vielleicht das könnte nicht gut sein die Klitscher also da oben gelegen ist und mit dem gebrochenen weiter dies ist nicht gedacht er löst ihn mal eben ich bleut den das ist halt das ist halt easy das ist oh nur mehr Klinas aber wollen sie ja nicht leiden lassen nein nein wuuuuh ho boah alter was war das jetzt für ein Schaden hier was hast du es angestellt keine Ahnung uau 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 das hat auch grad die Soundclaysse voll grad zerstört also kurz mal so richtig so von hinten kommen noch andere von hinten kommen äh ihr könnt mich heilen ab dich bin schon bald bin schon bald ok von hinten kommen auch welche ne ja aber die helfen uns gegen die Venus ne nicht wörflich da kommen noch mehr Klinas ja toll wie überall explodiert und was ist los mit euch boah da gibt's noch einer jetzt jetzt alter wieviel Gegner hier auf einmal sind kommt doch vor als hätten wir den ganze ganze Tag nur Nacht oder so ja irgendwie schon ja ganzen Tag nur Nacht welch ja für uns Tag, Nacht ach keine Ahnung ich bin nicht guck mal auf die Uhr hier ist auch Nacht du weißt ja Friedrich ist Sonntag ja eben ja genau wären wir wieder beim Thema Straßensperre ey Straßensperre da brauchen wir einen Panzer wir brauchen einfach nur den H ha der explodiert der Lappen wir brauchen einfach mal in die Hände wir brauchen einfach mal in die Hände wir brauchen einfach mal in die Hände wer das macht ach das ist doch alles wo die Straßensperre aber das ist aber nicht nett dass du dem jetzt hinterher gehst der wollte ja oben allein sein ich wollte ich wollte mit ihm alleine sein Knöpfle drücke Unterstützung anfordern ich geh schon mal hier in Deckung da kommt ja zwei Minute hier vergammle und so paar Trottelstöte stirb 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 boom ha 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 aber wie Feuerwerk Happy New Year Happy New Year Happy New Year Happy New Year jetzt kommen sie von links ho 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 Treffer Treffer unversenken ja ha 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 ich hab die Granate auch nur kurz gesehen schon nach vorne rechts Granate noch ne Granate die gehen einfach so den Rauch auf keine Uni mehr was ja auch nicht jetzt schon jetzt schon ach immer noch mehr Mensch nur diesmal wieder von links ich darf das Gebiet halt nicht verlassen sonst ist die Mission weg ja jetzt kommt der jetzt kommt der jetzt kommt der da kommt was größeres was was er ist fest gesetzt er ist fest gesetzt er ist fest gesetzt er ist fest gesetzt mal er regelt erstmal heilen da kommt sogar Damage es brennt halt ein bisschen so komm mal die JTF geht doch Mann hey das ganze einsame was hier liegt hey so viel Zeug zwar nichts gescheites aber kann man alles verkaufen eben so jetzt haben wir grün und dann Safehouse oder Nebemission haben wir nicht noch ne Nebemission dazwischen Nebeneinsatz hier direkt vor uns da ist er Satellitenverbindung da haben wir sie oh ich hab hier sowas er sollte echt mal zu nem Arzt gehen boah Tja war echt widerlich zum das ist zum Kotze würde ich mal sagen es ist schon grün serviert da 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 ich hab den lol da ist Alarm was hat immer das war das ist Sport sind auch so ne Halbassassine ich breche unterbreche einmal inside inside der Wohnung lass mal alles aufmachen erstmal in den Kühlschrank gucke was gibt's leckeres nix wie nix nix gescheites der war leer Kühlschrank war bestimmt ne Single Wohnung Tja Hallo ist hier jemand? jemand zu Hause? keiner da wo war das nochmal hoch? da hoch oder? ne hab mich auch grad gefragt ne das war doch irgendwie grad voll verwirrt andere Seite achso ja ich hab's ah da ja ok hätte mal was sagen können mal ein Mensch hab ich doch ich hab's geht hier mal die Antenne reparieren der Strom ist dran ach lol mit abwärts hoch 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 das sind ja keine Gegners keine Gegners keine Gegners nur hin und her die Klettere ja eingeschalten gut gemacht Agent nur waschen sie sich bitte die Hände ich will mir gar nicht vorstellen was an den Dingern für Materien haften dann waschen wir uns mal die Hände zack einmal rüber zack zack jetzt haben wir noch eine grüne Mission oder? ja ein grünes und dann ist er auch durch dann Safehouse zurück die Berichte abgeben wir sind so gut das war jetzt eine recht kleine Karte ja die großen kommen noch ja Autsch weiter gehst du mal da raus aus dem scheiß Fenster ich habe ihn auch gefragt hallo also manchmal muss ich echt genau im richtigen Winkel stehen das war das Stereo mal eh ja lassen sie mich nicht hier keine Bedrohung ach Echo das Echo das Echo haben wir das schon? ne das hat noch nicht gell das ist ein Evakuierungsbefehler ich kenn schon ok ich auch ok jetzt mal raus hier wir können auch ins Safehouse gleich gehen das ist ja wurscht muss man mal den grünen noch mit dann haben wir alles erledigt ja wir können auch Safehouse und einer hochlaufen direkt ja aber dann muss ich nochmal ins Safehouse legen den Berichten ne wir haben dann können die Berichte schon abgeben das grüne ist ja so ein Kampf das hat ja mit den Nebeneinsätzen nichts zu tun ok eigentlich können wir auch das Safehouse und dann hochstulzieren ach schau vorbei doch hier rein man das schneit das sieht nix da sieht man einfach nix Gott bricht abgängig ich finde das voll über was Level und alles an Erfahrungspunkte gibt mhm das ist voll hart gibt schon ne Menge das ganze scheiß verkaufen ob irgendwas interessantes dabei war Stufe 15 GZ Stufe 15 du Tier wow wow ihr schönes ok auch nix besonderes du wieder für Töne von dir ach ich hab mir grad mein Knie am Schreibtisch angekauern ey das ist doch ungesucht scheiß verkaufen wo sind du Händler dahinten ah jo haben wir ins Geschäft ja ich geb dir mein scheiß wir kommen ins Geschäft tschüss zeug das weg das weg das weg boah ich auch nicht kann aber weg ach ach die so wir sind im Geschäft verkauft 40.000 fast ist gut echtes ja ich hab im Moment nur 14 immer 18 ich bin auch knapp Level 19 naja klar also das kommt ja noch bei euch so dann heißt es ab zum grünen und dann haben wir ach ja der Cavern Safehouse lass mich erstmal alles verkaufen hier noch da der Cavern Safehouse denn dann kommen die ganzen Berichte und dann das hab ich auch knappe 18 und dann der Times Square in der Kärmen Station haben wir die Berichte nicht abgeholt in der wo in der Kärmen Station Safehouse ganz links da waren wir mal drin ah nein da war mein da war mein Spieler drin ja wo für mich gespielt hat wahrscheinlich aber die Berichte nicht eingesammelt ich frag mich immer noch wie er gelevelt hat wenn er die Mission nicht gemacht hat hat er nur Leute getötet keine Ahnung er hat das Verfahren einfach mal durchgeballert wahrscheinlich 1 ja ich hab einfach nur gefarmt ich hab einfach nur gefarmt geht das da spielt das keine Rolle ach ehrlich mal laden tschüss tschüss Bäm das Doppelfeuerwerk Bäm 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 Happy New Year Warnung Feindpräsenz entdeckt wo denn auch da was ist denn los mit euch ihr Kleinen ich hau dich hol die da raus hol die da raus hol die da raus da brennt alles da brennt alles ach da ist der da ist der der Agent den haben wir jetzt auch wo ist der ja ich bin grad drin und hol den Schlüssel ja auch hol den hol den hol den Schlüssel hol den Schlüssel ja er hat die Schlüssel ja er hat die Schlüssel dann haben wir das auch geh doch hau ab verschwind gab es hier eine Kiste ne oder wo war der vermisste Agent draußen irgendwo da war Schlüssel vor der Zelle müsste doch angezeigt werden oder da wird nämlich grad gar nichts hier lag er hier lag er ne das war ein Überlebensbericht oder Überlebensbericht ja aber war halt irgendwas der Agent habe ich immer noch hier draußen irgendwo dann gucken wir den schnell hier runter da unten und sogar Leute sind gestorben hier habe ich hier kämpfe nach hinten schon wieder sehe ich ok bei den Agenten ist es die verkehrte Richtung ok ach da hier ja der Agent der Agent der Agent der Agent der Agent ihr schafft es schon Naja, sind schon fertig. Ähm. Denkst du mir doch. Du brauchst mich da nicht. So. Das noch. Da ist noch eine Tasche. Hallo. Mia. Kitzten. Wie ganz viel Kitzten. Wie sieht's hier aus? Der sitzt auf dem Klo. Der kackt noch ein bisschen. Wurden aber nicht stören. Beim Kacken. So. Ja. Das war's hier. Gut. 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 Södele. Södele. Was sagt die Map? Ja. Alles erledigt. Man sieht wieder alle. Telefonate und so. Aber das werde ich wahrscheinlich, wenn wir dann separat irgendwann einsammeln. Nicht aufnehmen. Nö, das ist ja dann zu langweilig. So. Dann heißt's zum nächsten Safe House. In the Covern. In the Covern. Covern. Ist bei mir schon frei. Ja, war mal schon dran. Covern ist, also, ne, hab ich noch nicht frei. Ah, ja, 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 Bronco. Dann folgt bei mir. Aber keine Blitzreise machen, stimmt. Mh, bin schon auf dem Weg. Da können wir uns zu sparen, das laufen. Ach, wollen wir uns nicht kämpfen. Keine Lust. Gehen wir weiter. Gut, gut. Das ist ja gute, gute Sache. Jetzt kann ich Blitzreise drauf machen. Okay. Okay, meine Freunde, will ich aber sagen, wir sammeln jetzt hier kurz die Berichte ein und so. Dass wir alles frei haben und Co. Und dann geht's weiter im nächsten Part. Und verabschieden wir uns mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao.